der stream hat schon gemerkt was passiert ist weil sie mich kennen herzlich willkommen youtube wir werden hier noch mal ganz spontan eins meiner liebsten werke einfach mal nebenbei ja wir gucken uns das an so etwas hoch regeln hier wir gehen direkt rein ich bin heute ein wenig aufgekratzt aber er macht mir da freude ich meine sieht wunderhübsch aus dieser ausmaße werden einem irgendwie so proportional auch mal bewusst die die haare liegen der hintergrund ist wunderschön gemacht also fantastisch ich habe gute laune wir haben freitag freunde was soll pass ich ich habe heute ein kleines projekt vor ich habe das noch nie ausprobiert das probiere ich jetzt aber aus weil ihr ja immer alle kochvideos wollt ja das ist das wäre ich will nicht zu viel verraten aber das wäre zum beispiel irgendwas das ist abwechslungsreich da kannst du jeden tag was anderes machen du kannst dein eigenes ziel machen das wäre mehr vlog als hättest du verbinden müssen so vlog und kochzeug aber jetzt bloß ich dachte der blaue futter tro kommt aber eine fähige schüssel aber ist es eine schüssel wenn es vierkig ist sollte kein problem sein ich probiere heute aus aus und zwar habt ihr bestimmt alle schon mal gegessen voraus jetzt oder mama euer papa oder ihr selbst kocht gerne was auf mein mama oder mein papa die werden reingekommen hätten gesagt muss auf musst du deine musik boxen auf irgendwelchen leeren was das klosteig pappkartons abstellen kannst du dein zimmer nicht mal ordentlich machen junge willst du willst du soll nicht mal irgendwas aus dir werden ja da kannst du traurig in die ecke nach unten gucken das hätten die mir wahrscheinlich gesagt und es gibt auch ab und zu mal bei niederschnitzel die komplett von euch frisch gemacht werden also auch mit hacken und allem drum und dran wo hackst du denn schnitzel hacken ist schon was ich meine mit stampfen und so wo schaffst du denn schnitzel und mit mit banieren banieren oder wenn es schon mal irgendwas baniert muss ja nicht immer die schnitzel sein ja es gibt dann immer so man nimmt eier die schlägt man auf mal was macht man mit der gabel oder auch schneebesen machen alle irgendwie unterschiedlich ich persönlich nehme normalerweise eine gabel aber das ist ja egal diesmal nehme ich auch schneebesen weil es ist einfacher also es gibt es gibt drei teller was das schon ich würde gerne genauer darauf eingehen auf das objekt womit wir die eier aufschlagen können das wäre noch interessanter vielleicht die 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 form der gabel die farbe oder die wölbung oder muss sie kalt sein muss die warm sein in welchem fall das wäre noch interessant hast du ziemlich viel zeit aufgewendet ein teller mit mehl einer mit aufgeschlagenen eiern und einer mit semmelbröseln so so da haben wir schon mal die wichtigen zutaten profis der küche wird aufgefallen sein was fehlt so entsteht eine banare für oder das banierte für das fleisch ich habe kein fleisch hier das ist also wie gesagt nicht wenn er soll keinen hunger haben und ich wollte verstehen aber wie kommst du denn als content creator auf die idee zu sagen boah ich mache jetzt video über schnitzel ich habe kein schnitzel da ich mache ich mache morgen video über meinen porsche ich habe zwar gar keinen aber hey das ist eine gute idee wie kommt rüdiger und das denke ich wahrscheinlich was hast du vor ja was hast du vor tja wie gesagt vielleicht kennen das viele von euch vielleicht von der mama oder von papa zu hause und zwar ist es an wem ist denn das video gerichtet an welche zielgruppe rüdiger so wenn man was baniert bleibt meistens was übrig so das sind aber lebensmittel und lebensmittel schmeißt man nicht weg ich bin da absolut deiner meinung aber weißt du irgendwo muss das auch grenzen haben ich paniere auch selber einen schnitzel da hast du halt mal so ein bisschen semmelbrösel mit so ein bisschen eiresten und weißt du wenn du anfängst so alles zu behalten dann könnten wir auch vielleicht mal darüber diskutieren wie sinnvoll das ist mit den energy drink dosen die dir ungeöffnet vor das tor gestellt worden sind du genommen hast und einfach durch die gegend geworfen hast und gegen die wand geworfen hast da ich verstehe das nicht du musst die unbedingt trinken aber wird vielleicht irgendwie jemanden anderes oder sagen können ja das hat einer dahin gestellt könnt ihr euch nehmen wenn ihr wollt keine ahnung das war verschwendung aber das wird ein semmelbrösel das ist einfach nur weil du kein fleisch hast es gibt leute die mögen es gibt leute die mögen es nicht ich persönlich mag es ja ich würde es auch mögen wenn ich kein fleisch habe und ich probiere heute was ganz besonderes also habe ich noch nie versucht das geht oder nicht das geht mit sicherheit ich habe es noch nie ausprobiert wie gesagt muss ich mal ausprobieren will ich ausprobieren bei dem ganzen wenn man fertig ist mit dem banieren bleiben wir banieren freunde kommt das kommt das so banieren sagt meistens eier zurück und mehl und auch ein bisschen semmelbrösel und dann wenn man nur noch ein ganz kleines spruz davon hat dann kann man es vielleicht auch mal wegschmeißen normalerweise macht man das nicht weil das gehört sich nicht ja danke aber wie gesagt das ist halt so du könntest theoretisch auch hingehen und die kaputten eischalen wieder klein machen und den kalkgehalt in dem wasser erhöhen wo es dann gut für den für blumen gießen also es gibt grenzen rüdiger du machst das weil du kein fleisch hast wie gesagt das sind lebensmittel es gibt menschen auf der welt die verhungern ja ich nicht ich weiß aber trotzdem und zwar geht man dann her man nimmt die eier das mehl und die sammelnbrösel und verrührt es salz pfeffer ein bisschen drauf verrührt das ganze mit wasser ruhig das denn ist das so wie bei den eiern dass das ganz wichtig ist ich in meinem fall hatte mich dafür entschieden das zu machen weil ich eier da hatte und die fast abgelaufen waren deswegen wollte ich nicht dass die kaputt werden und dafür habe ich jetzt mich entschieden das so zu machen und das gleich mal auszuprobieren und das ganze tut man in der pfanne rausbraten genau wie das schnitzel so ich welches schnitzel ich will heute nicht rausbraten in der pfanne ist sondern ich will versuchen das ist nur ein test ich weiß nicht ob das funktioniert es könnte sein dass es nicht funktioniert normalerweise sind die eier für die bindung da das heißt es müsste eigentlich funktionieren weil es im prinzip von der beschaffenheit wie ein schnitzel ist nur dass es eben kein schnitzel ist komm doch mal zum punkt du versuchst deinen expertentalk zu halten und ich will versuchen das in der fritteuse herauszubacken wenn es nicht geht muss ich es in der pfanne hat er gesagt natürlich rausbacken ich will versuchen das in der fritteuse herauszubacken weißt du was ich weiß ganz ehrlich ich habe geguckt nachdem du survival gemacht hast nachdem du survival survival gemacht hast ganz ehrlich habe ich im internet nach tragbaren fritteusen gesucht also ich habe geguckt ob es irgendwelche mobilen fritteusen gibt die man mitnehmen kann ich habe nichts gefunden du brauchst mich nicht so anzugucken ich habe wirklich geguckt und es war erschreckend aber nun deine fritteuse ihr seid ja echt ihr seid echt gumbels wenn es nicht geht muss ich es in der pfanne herausbacken kein problem dann mache ich es eben in der pfanne aber kein problem macht er eben ich will das einmal ausprobieren die fritteuse ist drüben in der küche und ich werde jetzt auch nicht groß mit in die küche nehmen warum die sind doch eigentlich nur eine kleine kamera was ich werde einfach rausbraten und durch das ergebnis dann zeigen ich meine jeder wird seine fritteuse legen können ja aber trotzdem das gehört doch zum content mit macht doch mal ein paar schöne szenen dass du sagst so gleit das schnitzel da rein und und so scheut das fett auf oder nennt sich das wild aber auch da mal ein bisschen elan ein bisschen leidenschaft ich habe hier ein ganzes frisches päckchen eier die habe ich erst gekauft die sind am dritten neunten abgelaufen das passt wir haben genau den dritten neunten ja dann passt das doch und ne geheimnis ne nicht ich verrate euch die geheimnisse der eier nicht das heißt ich werde jetzt einfach mal die eier nehmen außer jenny jenny und kadhi ihr könnt auf discord kommen ihr habt abo hier ne ihr kriegt eier geheimnisse von mir wie viel nämlich ich nehme mal das hier ist schon angeschlagen gedutscht oh gott das werde ich mal zur seite legen das war auch hier mister ich verschwende nix ihr demnitz hat oder was paar freien guck richtig anstatt hier an der schale zu riechen oder was das muss ich später ja externe wenn es schon angedutscht ist es mit sicherheit hat es mit sicherheit schon der macke ich frage mich aber warum es angedutscht ist ich habe eigentlich extra darauf geachtet dass sie nicht angetatscht sind das ist ja auch eine macke ok sollte ich mir vielleicht mal genauer anschauen bevor ich die du solltest dir den content mal genauer anschauen und überlegen was du am ende hochlädt weil wir sind da auch wieder bei dingen wo ich sag müssen wir das jetzt wissen ob dann ein angedutscht ist wenn du deinen deine schnitzel ohne fleisch machen möchtest benutze die haben schon macke eigentlich ist das nicht so gut weil ich habe die eigentlich extra aufgepasst dass die keine macke kriegen weil ich die nämlich extra ab angeschaut habe vorher kardi wir sind ja am aufnehmen erinnere mich nach nach dem nach der aufnahme kurz dran dann ich regele das ok ok so ja da kannst du ich hätte mir jetzt gern einfach eine szene gewünscht wo es ein ei aufgeht da kannst du so traurig und und du weißt ganz genau was du machst du weißt wie sehr du auch wenn das zeitversetzt ist jetzt hier rüdiger ich habe ja keine andere möglichkeit mich mit dir zu unterhalten ja da riecht daran und dann ja guckte er guckte er richtig erwischt wurde er guckte er riecht doch mal dran ja so junge du bist ist bisschen nicht sicher dann ob die eier noch gut sind oder nicht da bist du dir nicht so sicher prinzipiell wenn eier kaputt sind das riecht man und zwar sofort ja da sofort und nicht erst wenn du 18 mal dran riechst und dir das zeug ins ins gesicht drückst soll ich jetzt warten bis du die eier da reingetan hast oder ja riech noch mal dran ja so ich riech trotzdem und weißt du noch so noch ein experten rat auch für die ohne abo jetzt mal wenn du das ne du hast vier eier da drin und du tust das fünfte ei tust du nimmst ein zwischengefäß weil wenn das fünfte ei schlecht ist in dem fall dann hast du das schlechte ei nicht in den vier guten eiern dank mir später normalerweise dürften die nichts haben normalerweise aber bei dir bin ich später ansicht so sicher richtig das heißt im normalfall ja riech noch mal dürfen die nichts haben so so deine frisur rüdiger ist jetzt wunderschön das ist jetzt so wieder hast du bisschen kürzer im moment an den seiten aber ansonsten frisurtechnisch bist du wieder da ja gut ich kann den filter jetzt hier nicht da hat kein filter drauf das kann ich schwer unterscheiden hier mal das typische so trennt man eier am besten mit mund offen und zunge raus so trennt man eier jetzt habe ich das eigelb und die sieht man nicht ne ne sieht man nicht hast du auch gemerkt genau tu jetzt mal nach fünf minuten content die kamera mal bewegen benutzen so jetzt habe ich war das schon an benutzung ja und die sieht man nicht ne nein so jetzt habe ich das eigelb hat er das geschnitten oder hat er das ich check das nicht die sieht man nicht ne ja das hat er nicht geschnitten warum hast du den restlichen scheißig raus geschnitten warum steht da ne ahoy brause was steht da sonst doch rüdiger hier so ein e vape dingen oder was hier so ein mikrofon dingen hast du das gleiche wie ich rüdiger wir haben das gleiche ne hab ich vielleicht deins aus der schanze geklaut rüdiger rüdiger Gott segne euer support so freunde sorry ich mach mal die aufnahme zu ende oder beende die aufnahme und hau die andere dann direkt wieder an ja wir fügen das irgendwie zusammen später danke fürs dabei sein tschüss tschüss